Diese zum Kauf angebotene vollständig renovierte 6,5 Zimmer Doppelhaushälfte befindet sich in Anzing. Das im Jahr 1984 erbaute Objekt wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Balkon. Untertitelung des ZDF, 2020 Auf einer Grundstücksfläche von ca. 426 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 180 Quadratmetern. Das Objekt hat einen Kaufpreis von 589.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020